Hier, richtig? Nee! Und lecken die ganzen Kopterlein! Fertig! Dankeschön, Dankeschön! Ja, ist ein bisschen sauber das nächste Mal. Er hat immer was zu meckern! Der hat immer was zu meckern! Herzlich willkommen bei Homebill to Lucien. Jetzt wechseln wir gerade das Blatt, weil wir Eisen machen wollen. Ringankereisen. Dazu brauchen wir das. Dann brauchen wir das. Okay. Milchglas. Wichtig ist, wenn ihr so ein Blatt wechselt, Akku abmachen. Falls ihr doch auf den Knopf kommt. Jetzt muss ich da hoch. Gehen wir da hoch. Wie ein junges Reh. Dann gehst du erst mal. Komm ich. Eins. Jetzt der kleine dicke Benni. Oh Gott, ich mach gleich den Schwein kaputt. Mal sehen, ob er einen Rollmops macht. Ich mach immer einen Rollfahrt. Ich hab die Idee. Hier an der Schallung bitte nicht festhalten. Die ist nicht so fest. Der setz ich gleich auf den Dorn. Ich seh es. Er hat es geschafft. Meine Hose ist kaputt. Ja richtig. Das ist meine Arbeitshose hier. Aber die ist trotzdem kaputt. Richtig. Ich hab mir jetzt eine neue gekauft. Ist meine kaputt. Nein, ich muss sagen, vielen Dank für eure Sponsorings, die ich so kriege für Klamotten hier. Mit den Hosen hat es nur noch nicht geklappt. Mit den Hosen hat es nur noch nicht geklappt. Mit den Hosen den ganzen kriegen. Gebraucht? Ja, na klar. Gucken wir mal. Da ist ein Gewinde drauf. Das kennen wir ja. Wir ziehen und ziehen und ziehen und ziehen. Uhuuu. Klack, klack. Ziehen, ziehen, ziehen. Klack, klack, klack. Ziehen, ziehen, ziehen. Dann noch einmal. Fertig. Teutel, teutel einstecken. Wir nehmen den Kurb. Rückenschonend in die Knie gehen. Hier, Gerlinde. Können Sie mal die Flicks rausziehen, bitte? Das kloppet auf. Wenn die da drinne bleibt. Wir hatten die da reingedickt. Bestimmt der Benni. Gerlinde. Ah, die ist stark. Eine Knacke ist ein Brett, ein kurzes Stück, was schmal ist. Das ist eine Knacke. Machen wir so zwischendrin. Knacke? Ja, Knacke. Warum nennt man das Knacke? Weil das knackt, wenn du das rausschalst. Das sind die Stäbe für Zug- und Druckbewerbung. Und die Bügel halten nur die Eisen an der richtigen Position. Und dass die Eisen halt nicht nach außen treiben. Jetzt müssen wir unser Verbindungseisen schneiden. Und wenn wir jetzt den Kurb hier anstoßen würden, hätten wir ja keinen Verbund. Dann wäre der Ringanker hier unterbrochen. Der Beton würde hier durchreißen. Das heißt, wir müssen die Eisen alle vier verlängern. Weil wir brauchen zwei Meter. Meter Oberlappung und Meter Oberlappung. Und die Eisen sind vier Meter. Da halbieren wir die jetzt. Mit, Klaus? Wir wollen ja nicht sehen, was wir machen. Das wäre doof. Ja, ich hab's gleich. Hier, richtig? Nee. Am besten, ihr legt was runter, wenn ihr schneidet. Wenn ihr nichts runterlegt, kann es passieren, dass das Eisen sich verklemmt. Wir zeigen es mal hier. Wenn das jetzt das Eisen ist, wenn wir jetzt von hier oben schneiden, drückt es das Eisen nach unten. Und da wird das oberhalb sich zusammendrücken. Und deswegen ist es besser, wenn es überspannt ist, dass das dann einfach runterfallen würde. Und jetzt schaut, jetzt machen wir Fädeln, Fuchs. Die sind hoch und breit. Und wir haben den so hingelegt, weil jetzt guckt man, wie wir das machen. Ja! Drinnen. Ganz, ganz einfach. Die Fingerchen hier reintun. Und hier die Fingerchen. Und dann machen wir auch. Tada! Die müssen einfach nur drinnen liegen? Nein, die müssen nicht drinnen liegen. Aber wir wollen es ja einfach machen. Deswegen legen wir komplett das ganze Eisen jetzt rein. Und dann, wenn das ganze Eisen drin ist, dann fangen wir an festzurädeln. Ja! So schmeiß der mich. Du musst jetzt hier durch den Eckverbinder machen. Das ist richtig. Ecke holen? Ecke Schnecke. Du brauchst jetzt zwei Stück. Nein. Eine? Heiho! 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 Wir sind vergnügt uns hoch. Sechs Eisen kommen hier rein. Okay, für mich jetzt nochmal das Lein. Warum jetzt sechs Stück? Weil wir erst den anderen Torb reinlegen müssen. Und dann kann ich zeigen, wieso sechs. Pass auf, dein Fädelfuchs macht dir dann ganz schön ab. Nein, nein, das passt schon. Das muss alleine gehen. Ganz easy. Easy, easy, easy. Weil ihr so schön gefragt habt alle, zeigen wir euch mal, warum wir hier sechs Stück reinmachen. Erstens brauchen wir oben und unten Eisen. Das erste Eisen muss außen hin. Das kommt von hier außen, geht nach hier außen. Könnt ihr mir folgen? Ja. Das nächste Eisen, das wird jetzt zwar bisschen blöd, weil die unten noch drinnen liegen. Das geht von hier außen, geht nach hier innen. Und das andere Eisen geht von der Seite außen nach... So, die drei müsst ihr euch jetzt mal wegdenken, weil wir binden das erst oben und dann unten. Und somit ist von außen nach innen, von außen nach innen und einmal außen außen, ist die kraftschlüssigste Verbindung, die man mit Dreieisen machen kann. Und dasselbe unten, oben, und das müssen wir an jeder Ecke machen. Außenecke, sechs Stück. Innenecken sind anders. Darfst du jetzt eine ganze nehmen? Ja, ich nehme die ganze Kurte und lege in die ganze Kurte rein. Wir nehmen den Schwebebalken jetzt an, dass unser Benni gestürzt. Unser kleiner Stolper Holger. Stolper Holger. Lass da los! Arbeitsschutz geht alle dran und wir halten uns erst recht nicht dran. Ach doch. Doch, na immer. Arbeitsschutz haben wir hier eingehalten. So, kommen wir jetzt zur Innenecke. Hier kommen nur zwei Eisen rein. Da kommt eins so und eins so. Dann kriegen wir die jetzt hier rein. So. Käbeln wir ganz einfach den hier ein. Legen den dahinter. Und jetzt machen wir dasselbe noch einmal. In die andere Richtung. Was immer schön ist, da klemmt man sich ab und zu den Finger ein. Jetzt, aufpassen. Zwischen die zwei. Fertig. Nein, doch. Ja, also wie gesagt, wir haben heute vier Kubikmeter Beton. Vielleicht schreibt ihr ja mal in die Kommentare. Überlegt mal, wie viel Kilo das sein könnte. So, wie ihr sehen könnt, sind wir hier schon fertig. Das einzige, was noch fehlt, ist die Dämmung. Die kommt noch dran. Ja, ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Lasst am besten ein Like da. Abonniert den Kanal, das hilft uns. Euch kostet es nichts. Und schon ist die Sache geritzt. Alles klar, tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.